und wieder da ist kann man den erster und wir haben es verbauen die wir haben so gut mit dem Sektor war der kann man ihn auch irgendwie anders abbauern ja Mensch nein so geht's auch und steht auch gesammelt ja sie trotieren aber ich habe nur ein Maschinenblock rausbekommen alter du hast nie wieder abgebaut ich wusste nicht dass es nicht geht Alter ich hab dir das doch gesagt okay Energy Kristall und so ein isoliertes Ding haben wir noch ach das Zeugs ah da brauche ich noch ein isoliertes oh Gott hey hier habt du eigentlich noch mal Dings drunter gehabt haben wir Baba? nein haben wir ein Gold? nein aber noch ein Energy Kristall haben wir ich kann mir ein Gold machen das wäre ganz cool von dir gut Dieter Haus da du du musst ganz rum sie ist die Arme an der Presse mir Urkanzi reisende was nicht mit blödlöhnt glödlöhnt er hat er schon wie ein paar mehr und es gibt jetzt gucken wir uns jetzt mal zu, wie er da was baut, ne? Ja, genau. So, okay, ich zählst die dem Game Legend HD, Game Legende HD. Die Betonung liegt auf E. Game Legend HD. Ich brauche ein Gold. Hab ich nicht. Hast du gesagt, bekommst du mir ein Gold? Aber wenn, das dann hätte ich daran bewegt. Ach so, dann mach das doch. 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 Ja, eher die B 죄 meus gleichne Hidranten. Ach so, gut. So, also Leute ich hab jetzt genügend Material dabei. Bisschön! Dafür haben wir aber keinen Eisen mehr. Haben wir noch Rohabba? Nein. ich brauche nur vier stück du sagst du hast hier immer ja aber ich soll hier nicht du bist du fahren aber ich gehe immer fahren und nachher suchst du ich gehe immer fahren ich habe immer geholt appetit gestein ja habe ich doch gesagt dass ich so kac gefunden habe das ist kein kack so elektronik circuit genau genau so hätte kann ich mir hast du aber in einem fehlmann ja wie viel noch 15 da gut passt nämlich haben am hat der cover und wieder vollen gefecht ich glaube ihr müsst man in der fang zu machen wenn ich da bin Sender brennt was das brennen nur die oder warum kommt es nämlich noch einmal aus der Tat aber er hat sich mehr in der ich hab mal fehlt ein ein Prozent die Verbrauchstätigkeit aber Prozent ein Führer so hat er das ist der normale Ruf und das ist keine Ahnung das ist auch keine Ahnung hier noch was anderes Prozent Prozent wir haben Prozent 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 von Jungen auf Prozent und er wird Kinder aber habe ich das auch okay da ist nur alle entzeuglicht hier die Perlzeuhr und die Erfassung so weit in der Zeit und hält beim Buch bei der Städte bei rum er ist die Zielgruppe eine Wutte die Städte in der Luft gebeten darf die auch so klappt bei Okula Okula ich sortiere euch mal ein bisschen die Kisten da da gibt es gar nicht mehr zum tippen naja schon klar so ich mach das jetzt mit dem mit dem nuklearreaktor wenn er explodiert dann ist es so die er weißt du es das was ganz viel so Respekt Junge so alles bei uns den Nuklearreaktor in dem hat dabei sein nein wo und da ja wo bist du an unten Schienraum und ich weiß wo der ist die Rucksack aus alle ein Wohlheilf auch war er überstattet er ja auch st einherz einherz ich werde ich schwer ja okay damit ich baue jetzt ist Junge ihr habt doch geteatet oder die XP dann liegt XP ich wollte zehn und drei zwei ich will ich will warte mal ich muss erst mal die Glasfaserkabel verlegen das ist auch klar mein Junge der MFE ist jetzt hier hier ist der Input dabei wurde ich nur ein Chicken Wing für 90 Cent bei... was weiß ich oh das reicht nicht egal was ich hierhin sehen einfach Steve hast du auch schon Kühlungen? nein weil ich hab nur eine Kuh gezählt reicht das? nein wie viele braucht man denn? warte die müsste reichen für eine Uraniumzelle pass auf hast du eine Uraniumzelle? nein Alter bist du gescheuert Uraniumzelle soll ich denn machen? ja da brauchen wir Uranium Ingots und dann brauchen wir Tin haben wir auch haben wir ich hab fünf Uranium Ingots warte ich mach mal noch schnell Tin und dann wird zum Abschluss der Folge wird dann der Uran und der Dinger gezündet der ich hab ein Kaugummi im Hals kleben Alter Kaugummi im Hals kleben lecker 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 finde ich auch so äh ich hab jetzt so viele gemacht davon und ich kann noch eine Kuh ok ich hab noch so viele coolen Cells habe ich jetzt dabei das heißt wir können jetzt schon mal richtig Energie produzieren ok aber nicht viel hä? wer hat das entstanden? ich hab noch einen ok und er muss da nicht drin wir brauchen einen Hebel ok den mach ich hab einen den packst du da dran und dann müssen wir alle schnell schnell ins Weg rennen echt? obwohl warte mach ihn an wie Direktor 3 3 Zwei. Zwei. Eins. Es grünt! Es grünt, es grünt, es grün! Ja! Oh, ich hab nichts an. Erzeugen wir Strom, erzeugen wir Strom, erzeugen wir Strom. Nein. Doch, müssen wir eigentlich. Nein, ja, ich zeige nichts. Okay, man guckt mal in die... Hä? Steve? Ja? Wir brauchen noch LV-Undstransform oder so. LV-Undstransform habe ich. Und noch einiges mehr. Oh, was braucht man denn noch? Okay. Dein Ernst? Ja, mein Ernst. Wo ist denn, dass ich meinen LV-Transformer, den ich gebaut habe? Flo? Ja. Da ist er doch. Und ne Badbox habe ich. Ja, ich weiß gar nicht, wie wir das hinmachen müssen eigentlich. Schicken, Pfingst. Auf jeden Fall, der Nuklearrektor, der ist ja schon mal gut. Aber geht er aus in die Luft, geht er aus in die Luft. Echt? Ja. Ich kann ja noch mehr Uranus-Undstransform machen. LV-Transformer. Äh, das ist jetzt schon mal falsch, wie er ist. Oder? Warte, 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 ist es richtig? Ne, ist falsch. Gib mal, gib mal bitte die Brench. Ich habe keine Brench. Hä? Der Bob, der Baummeister starb, meinst du doch, oder? Der ist weg. Toll. Gut, dann werde ich das in der Folge machen und dann höre ich auf. Oh ja, der ist weg. Ich habe einen Reaktor-Chamber hier. Da kann man nur noch Copper. Jetzt haben wir noch Tin. Ich passe auf, dass es nicht in die Luft geht. Du machst die nicht an, Johor. Ach so, nie? Nein, weil sonst unten produziert der Strom und den können wir gar nicht verwerten. So. Tin. Copper haben wir auch nicht mehr. Alter, wir haben gar... Nice. Aber hier ist er nicht heiß. Ja, ich bin nur heiß, ne? Darf ich dich einmal mit meinem Schwert abhauen? Mich? Und dann, dass du ins Wasser gehst? Ich? Flo? Willst du mir mal den Arsch kraulen? Mach ich dann nach. Alter, wie doch. Komm mir hin. So. Okay, ich kraul in dir. Komm her, ich will in dir kraulen. Steve, ich glaube, wir müssen ja jetzt mal so... Stürfst du gerade? Ja. Alter, Mann! Shit. Oh Gott. Ah, Junge, als ich bin fast tot, hab nur noch ein Herz. Ja, stirb. Okay, 3. Stirb. Stirb. Gefällt, dass du dir stürbst. Okay. Hier brennt alles um den Ofen, hier da. Ja, das soll so. Wo es brauchst du? So soll es nicht anbrennen. Steh, wir brauchen noch ein Tin. Ich brauche ein Tin. Ich brauche ein Tin. Ich brauche ein Tin. Als euer Ernst. Ich hab keinen Tin. Hallo, Tin ist da oben drin. Ja, aber nur auch. Ja, und? Musst du braten? Da, da. Dankeschön. Dankeschön. ich hab dich kaputt. Warte. Auf die. Drei. Zwei. Warte. So jetzt. Jetzt müsste es theoretisch grün. Nein! Nein! Hey, was passiert? Ich hab mit dem Winflexig gemacht. Oh, du Wichser. Aus Versehen. Aber fast. Hey, aber in dem Moment, in dem... Okay, jetzt hör auf damit. Ich will an die Hand nehmen. Ich hab gedacht, das war ich, weil ich mit dem Brecheisen drauf gehauen hab. Steve! Uraniumzell muss auch rein, oder? Äh, die mach ich mal lieber rein, ne? So. Jetzt mal an. Ich hab dann auch zufällig ne Ranch, ne? Ach ja, ich hab ihn. Habe ich schon. Zwei. Es macht nix. Ne? Es kommt kein Strom an. Ne? Ne? Ähm, ich meine hinten drin. Ne? Ne? Am MFE kommt nix. Verdammte Scheiße. Hm. Aufstelle erst mal so lange. Mann, Hannes, was machst du immer so falsch? Ich war halt nicht. Naja, ich hab ja nur alles geholt. Du hast alles eingestellt. Ähm. Ja, aber dieser LV-Transformer, der ist irgendwie behindert. Und ihr wisst ihr, was, ähm, Dena ... Äh, ich hab der MV, ähm ... Wisst ihr, was Dena an seinem, ähm, hier, ähm, Generator dran hat? Weil der rennt sich so. Aber die ... Ich würd mal sagen, wir machen, ähm, Erde, ne? Echt? Warum? Weil ich auch noch rennen muss, dann muss ich noch hochladen, ne? Weil ich bin immer nicht da. Und ich muss auch ruf. Oh, verdammt. Ich wollte auch nur nen schicken Wing. Doch dann gab's keine Miffling. Naja, okay, dann ... Ey, ist voll dumm. Äh ... Blödsinn. Hat der erst der Baustein dazu mit meinen Gläser wieder ab? Äh, der ist aber kaputt. Steve, ähm, ich werd mir noch mal kundigen, wie das geht. Hör auf. Steve, machst du einmal was, dann mach ich mich nicht mehr mit dem Lepin mit. Was ist denn, wenn du ... Stirbst du denn? Ja. Geh mal weg, Flo, geh mal weg. Steve! Nur eine Warnung! Ach, ich will mir weh mit. Das... Oh ... Oh, oh ... Oh, oh, oh ... Woah, woah ich sterb, ich sterb ... Geh weg! Geh weg! Geh weg! Okay, okay. Nein! Ich sterbe! Ich sterbe! Ich sterbe! Ich sterbe, dass du willst! Ich hab's gesagt, was? Ich hab's gesagt, was du sagst! Was hast du Lust? Ich würd mal sagen, wenn das heißt, Let's Play, Vitebys, irgendwas und tschau! Jo, tschau! Nö, sie ist nö! Sie, ich hab's gesagt, ich hab's nicht aufgenommen! Hm?